So, nachdem wir geparkt haben, ist es ein ganz bestimmtes Toleranz. Wenn wir parken müssen, wir haben unsere eigene Park-Sensore, die gewählt werden. Wir werden dann den Fahrer guiden. Hast du gesagt, oder? Und anschließend, wenn wir laden möchten, passiert hier alle automatisch. Wir fahren hier hoch. Wir haben dann einen relativ kleinen Ärger. Drei Gründe, also die Effizienz steigt. Das ist sicher, weil ich nicht mehr direkt ins Feld hineingreifen kann. Ich glaube, ich kann es hier unterschlafen. Das ist sowieso in der Mitte vom Fahrzeug, also da kommt man nicht so einfach hin. Und für uns das Wichtigste ist, dass wir die gleichen Komponente verwenden können in allen Fahrzeugen. In der Regel von SUVs oder Sportwagen. Wir müssen hier das richtige Palette neu designieren. Wir haben verschiedene Fahrzeuge. Man kann es einfach hinlegen. Das ist hier in der Pflege. Das ist so, dass wir hier mit dem Fernseher aufgetreten. Und wenn wir hier einen Runde mehr aufhören, müssen wir uns kommen. Das ist wirklich auch nicht in der Kuss. Der ist richtig, auch nicht in der Weg zu uns. Das ist ein Fahrzeug und der hierher. Ich hab mich immer davon. Ich hab mich immer darauf hin, wie ich meine Fahrzeug entdecken kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017